4 5 6 6 Radios, das sind dann... 9.000 9.000 Wir haben 6.000 bis jetzt Ich würd sagen, kaufen wir uns die Percs, die wir brauchen Und kill dann, was wir das Ich hab erstmal Double Tap und... Hier dann 3.000 Das sind maximal 2 Runden, würd ich jetzt mal sagen Ah fuck, wir sind da jetzt... Oh nein, die kommen jetzt von beiden Seiten Das hat mich vertakt Von überall jetzt Das hat mich vertakt Ich geh, ich geh hier hoch und guck mal, ob ich hier trainen kann Das ist auch stimmt hier oben, wenn man jetzt Ich hab die DSR bekommen, ey, ich bin voll am Arsch Hier oben muss man trainen können Das ist die Kiste jetzt, ey Gut, ich versuche unten irgendwie zu überleben Ich schaue erstmal unten Ich bin erstmal auf Kistensuche Ich bin eigentlich relativ safe Ich bin da jetzt Ich bin da jetzt Ich kann das spawnen Ich kommst hier auf dem Boden Cool Ich kann das spawnen Ich kann das spawnen Ich kann das spawnen Ich bin da noch Ich bin da noch Und dann geht's auch auf Ich hab nur die DSR 50 und meine STG ist wirklich leer Ja, hol doch, Moni. Kostet aber 600, ich brauchst 60 Punkte. Ja, ein Killzombie. Und dann campen wir hier ab. Können hier schon welche spawnen? Nee, ne? Achso, nee, Rizers. Oh, bitte, lass die nicht hier spawnen. Doch, ich glaub schon. Spawnen, glaub ich, überall in dem Raum. Ja, da warten wir erst mal hier. Die müssen aber sofort hochlaufen, wenn da oben... Ich hab' schon mal auf jeden Fall die Abonnentiebe. Klar, auf jeden Fall. Okay, äh... Schwarzheer passt auf jeden Fall richtig auf. Hier spawnen keine Rizer, ich denk' die werden kurz ein Dach drum. Er läuft einfach mal hoch. Ich komm' von oben runter, was ist das? Was? Mach' du denn? Ey, was komplett aus? Nein, 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 nein. Eifers, die dritte Krass, man. Viel, krass. Ey, was? Von oben auf in der Treppe von Oberg ist der war übel, man. Ich bin auf die Treppe zu dieser Stelle. Komm mal, war zu mir irgendwie. In der Ecke? Doch. Wir versuchen die Treppe hoch zu gehen. Denk wieder zurück. Wir kommen hier. Und scheinen. Was kommen denn so viele von oben runter? Keine Ahnung, man. Die wollen, glaube ich, aber nicht. Ich denke mal, weil direkt hier über der Treppe das Dach ist. Können wir hier alle oben bleiben? Bis zwei in der Ecke stehen bleiben? Wir haben jetzt ja eigentlich nur Punkte. In dem Leben los sind. Handy bringt. Sehr ruhig. Und wo dann viele? Wir bleiben jetzt einfach mal in der Ecke stehen, okay? Ja. Geht das hier so? In der Ecke stehen geht eigentlich total. Wenn man schnell genug da geht. Achso, wenn alle. Achso. Na unten kam halt die Sauviele. Also wenn dann kommt da jetzt auch wieder Sauviele zu dir hoch. Ich glaube ich kann mal zur Demonstration sein. Okay, dann müssen wir eh nur noch überleben. Kohle haben wir. Fast. Also. Kann man ja nicht. Gleichzeitig. Haben wir eigentlich. Ich kann. 1, 2, 4. Du kannst. Nein, doch jetzt geht's. Auf. Nein. Verli. So, ja. Oh Gott. Leicht. Brot. Oh Gott. Brot. Du bist auch hinter dir. Hab ich. Ne. Merci. Warte mal. Soll ich mal trainen? Ich kann ja auf dieser einen Seite trainen. Wenn ihr auf der anderen bleibt. Das könnte schon mal. Soll ich mir doch mal liegere. Du bist so alleine. Okay, jetzt alles noch nichts gilt. Keine mehr. Oh nein, ne, 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 keinem. Nicht alles noch nichts ist viel eh schief. Ja. Lassen es, las es, las es, las es, las es. So schlimm war die Runde in zehn Jahren. Was sagst du? Eine Waffe Ich hab DSR, Mann, Alter Ich muss das mal gerne holen, hier Jetzt hab ich noch mal wenigstens... Ich glaub zwei Radius hab ich aktiviert Ich hoffe mal, es war Double Tap 2 von 0, Mann Alter, ich komm auch die Treppe leider hoch Hm Wie siehst du denn der Tomper? Jetzt konnte ich nicht niesen, weil ich so dieses... Wicht anstellen musste Jetzt haben wir das niesen geklaut Niesens beste Gefühl, Alter Geht aber nicht, ne? Ja, best du ihn gegeben Auf meinem Rhaegern mag du's fast wieder Nicht gut Oh, Schuss voll kauf Ich bin down, ich bin down, ich bin down Nein, 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 bitte nicht Nein Doch, jetzt bin ich down Oh Leute, weil du bist dummisch Oh nein, ich bin auch down Und ich hab nicht mal Jugger, weißt du Instagram Leute Das können die schaffen Ich kann die unten auf jeden Fall noch protecten Ich hab meine Mark 2 in der Hand Ich kann auch protecten Ach, nur noch einer am Leben, oder was? Ja, ich ohne Jugger, Mann Oh mein Gott Nein, nein, nein Oh nein Und wie hat er protected hat, geil Fuck, äh Fuck Ich musste nachladen Jetzt sind wir wieder dabei hier Oh, das war jetzt knapp hier Oh, es kann sein, dass es die rund bei mir aber sauknapp wird hier Ja Nur auf kurzzeitig Bescheid sagen, bitte Jo Und geht's Das kann sein, dass es gleich Muni braucht, Alter Das geht auch gar nicht Letztes Magazin jetzt, äh Letztes Magazin jetzt, äh Ja, gegen Muni und ich ging ja Ich geh kurz hoch Hab Granaten hingeworfen Bin wieder da, bin wieder da Bin wieder da Die Trawler haben wir schon mal einen Hab ich gekillt Der wäre mir sonst voll im Weg Oh, muss das denn jetzt sein In euch, in euch, in euch, in euch, in euch In mir eher, wenn dann, hm Ich bin da Spawn Dann kommen zwei Spawn noch einer Spawn noch einer Fuck, 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 fuck Kauft zur Not auf nach hinten Scheiße Kauft zur Not nach hinten auf Oh, unser Kill Oh Ich kill hier immer alle, die spawnen wollen Haltet mal einen draußen, wenn's geht Nein Haltet einen draußen, wenn's geht Haltet einen draußen, wenn's geht Achuuu Einen hab ich hier noch draußen auf jeden Fall Dankeschön Ich bin der Gutste Uiuiuiui Das war Worte ich aber noch Nachschaden und da kamen beide von dem auch noch, ey Ja, ich muss auch Keine Amo mehr Worte der schon angeschossen? Nee Nein Komm, wir mal einen Crawler vor Ich werfe Granate Ich werfe Granate Komm, YOLO-Effekt Ich kaufst gleich zur Kiste auf Oder soll ich mir Amo kaufen? Kauf jetzt einfach alles auf hier Okay Ich kauf hier oben mal ein bisschen Ich hab mal noch einen Teil genommen Ich hab mal noch einen Teil genommen Ich hab mal noch einen Teil genommen Äh Nein, wo war denn jetzt Strom? Ach so, das hat er auf verschiedenen Stellen, ne? Ja Ich bin schon da in die Richtung, ich brauche aber grad noch ein Ding an, schau mal Ja, ich hab auch Ich brauch grad auch die Radios an So stimmt, da Nee, hier ist es nicht Ah, hier ist auch kein Strom Also oben ist es nicht Ja, hier unten bei mir auch nicht Ja auch nicht Aber da dann wahrscheinlich Oder war hier überhaupt keiner? Gab's die Strom? Nee, oder? Doch, Schluss Oder? YOLO 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 MP14 Was gab's hier noch? Na, Trompson, der nimmt mich auf 40 Die Kiste ist hier Strom ist hier Na, ne, ist auch der, also mach an Es gibt hier verschiedene Schalter, manche sind sind schon umgelegt, also ist das kein Okay Ha, wir haben es doch Geil, zwei Pistolen bekommen Oh nein Sorry So, also wir haben jetzt, äh, wieviel Radios Äh, ich hab noch eins und Zwei Drei Eins hab ich noch, äh, bei mir gerade Eins hab ich noch, äh, bei mir gerade Im Spawn muss noch eins hin Ne, da passt das nicht hin Hier, hier passt meins hin bei Jugger Okay, äh, Gökhan musst du mal ein Spawn Ach ne, ich hab hier auch noch eins Äh, hier bei, bei den Perkflaschen Meins ist nicht da Kommst du mal, hier Da drinnen ist noch ein, so ein, so ein, so eine Kommode Rechte in der Ecke Äh, achso Ja, hier ist meins Fehlen nur noch zwei oben Ne, haben wir alle Was ist das für Perkflasch, macht nirgends was? Nö War das so ein Double Tap 2.0 hier? Ja, ich glaub hier war das so Ich nehm's mal mit Soll ich aktivieren die Radios? Oh, du hast noch ein bisschen, hast du Jug schon? Oh nein, stimmt Kauf du dir erstmal Jug Ist die Jug ganz normal, oder? Äh, jo, es ist normal Okay, gut Also ich hab schon Jug, Double Tap und Speedcola Ich habe... Einmal Kiste! Ich brauch ne Schnellschusswaffe Oh ne, echt jetzt? Den Scheiß hat sich grad auch Ne, die kann dran bleiben Kann ich die nehmen? Nein Was könnte ich noch brauchen? Okay, 3000 müsstest du mindestens behalten, Gökhan, okay? Ja Okay Ich geh noch einmal in Kiste und hol mir Double Tap Warte mal, glaub ich zumindest Warte mal Eins Alter! Wieso kommen hier nur Pistolen raus? Mach mir zwei Ich verarsch mich grad Deswegen hab ich mir auch die MP40 geholt Ich frag mich noch einmal Komm Kiste Ich hab das was Ich bin schneller Ich bin Host Hier kommt der Teddy Juhu Juhu Wo kommst du davon? Hä? Hehehehe Kimo Style, Alter Oh, ne Barret Ist das nicht ne DSR? Äh, meines Neu Hat ich auch schon Alter Wie oft krieg ich den Scheiß? Welch ist das? Die DSR hab ich bei BO2 echt geliebt, ne? Ich hab die so gequickscoped Äh, boah Ich auch Das war ne Zeit Ja, man Ein komisches Visier Das World of War Visier hat sie irgendwie Oh, Timo, was geht jetzt mal hier mit BO? Vielleicht eins oder zwei? Da hatten wir da auch mal was in Planung endlich mal Was? Ja, BO-Aufnahme Hä? Achso, ich bin ins Loch gefallen Ich dachte, wie hab ich mich jetzt ein bisschen gefasst einfach Ich hab gerade den Skype angerufen Ich glaub, ich sollte nicht links machen, oder? Ne, erstmal nicht Ich mein hier, du Ich weiß nicht, ob wir eins oder zwei halt Äh, halt, äh, auch halt, äh, playen wollen Ach, auf PC jetzt oder was? Nein Achso, so, äh, weiß noch nicht Oh, was ist denn hier los? So viele Musik hintereinander Oder warte, töd den, Mann Ich mach nen kurzen Cut Und schnell mich auch beschäftigt Naja, ne, der fliegt's raus Ne, 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 mach's nicht Ne, 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 ne Nicht raustappen bei BO2 Okay Alter, was ist denn hier los? Die eskalieren hier komplett die Perk-Maschinen Kann ich hier wieder links klicken? Äh, bei mir aber auch Die sind voll laut, Mann Alter, die eskalieren übelst Warte mal, eins Warte mal, eins Wie geil das nochmal ist Zwei Weg, 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 weg Geht zuerst Der Zombie verfolgt mich schnell Ja, du musst das Radio noch kaufen Kauf mal bitte die Radies hier gleich So 3.000 brauchst du noch Hier das da Das ist schon Ne, das hier Dann, das hier Das war's eigentlich Ich fuhl mal ne Richard Warte mal Hier ist noch eins Oh, du brauchst 4, 5 Oh, so gut, hast du so viel Das da in der Ecke brauchst du noch Press 6 Ich hab Bouncing Bettys Du hast... Nää, och neiii Jetzt müssen wir noch ne Runde überleben Bei dieser Map hier Das kann man da oben irgendwie machen Ich versuch zu trainen Ich brauch aber den größten Platz Den es hier gibt Oh, ich bin grad so dumm Boah, Alter, was krass denn die Perkmaschinen denn gerade so auf? Du sagst, dieses Müll kick gerade hier oben Boah, stell dir mal daneben Bei mir sind sie jetzt ruhig Nein, jetzt geht's an doch, man Hehehehe So, gegen die Perkmaschlaufen Im Speedcoder laufen Oh, wer will train? Ich train Du train? Ich versuch's Gut, dann stell ich dir Beinchen Ich hab's gerade zwei Leute in der Film eingrennt Boah, wär schon Bouncing Bettys ab Oh nein, scheiße, nein In jeder Ecke kommen die von oben runter durchs Dach, ne? Oh, scheiße Dann geh ich hier Ich train, aber Ich train hier drüben Bei Speedcoder Ich will da nicht runterfallen Nicht wie letztens Okay, okay, dann train Äh, dann Hier Ja, ich versuch hier einfach zu killen Alter, ist das laut Ja, sag ich auch Die S verlieren übelst die Perkmaschinen, Mann Aber richtig Scheiße, nicht getroffen Ja Oh, Alter, wie laut Molotov Ich kann ja so lange meine DSR benutzen, um die so zu killen, ne? Oh, der ist mal direkt vor mir, Alter Was ich gesagt, die kommen von oben runter Ja, ja, die kommen von oben, musst du aufpassen Aber direkt vor mich Wow Hat er auch angerechnet Alter Ich glaub ich muss doch da vorne trainen, weil die alle von vorne kommen Ja, ich train hier auch, glaub ich, ein bisschen Ja, versuch mal zu trainen Versuch hier ein paar abzunehmen immer Wow Da ist Max Ammo Ammoni Wird durch, äh, Leute, spread richtig durch Scheiße Ne, ist nicht schlimm Hauptsache, du trainst ordentlich und stopst nicht dabei Ja, das Problem, ich werde geschlagen die ganze Zeit Ich habe Angst, dass Jaga nicht Hallo Ich muss hier rüber Scheiße Ich bin kurz zu drüben Okay, war das hier wieder rüber Nein, ich leuchte, ich leuchte, ich leuchte Ich will nicht sterben Wieso ist es in alle hinter mir her? Denn ich weiß, nein Komm, Molotov, bringt Glück Ja, mach mal Nice, Crawler eben Alter, bin schon Runde 11 Aua Runde 11 ist es auf der mal wie viel zart man Der jetzt hier voll die Geschichte hier bei den Esels tritt Was a boy Was a boy Ja, äh Ey, Crawler blocken, boah Scheiße Auf jeden Fall auf den Crawler aufpassen, nicht killen Alter Ah Ich hab mir noch die Hosen gescheißen War's, ja Ah Küste, 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 küste Na, 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 hey Ach, Mann Weg, geber Annasen Sick, glaub mir lieber erstmal money Dieser Alter, der hat so einen kack Visey, Mann wieso hab ich sie eben nicht schon gehabt alter ppsh am start alter ich hab auch ppsh und pdw alter noch eine mp100 aber nö save it off da hab ich auch sie gerade okay ich hab ne schrot schon im endgame so schön in den automaten laufen gibt man nicht mehr aus okay warte ich kauf dieses ding hier vorne also wie auch schon das habe ich schon aber irgendwie will noch eins sicher ja also steht noch da dass das sind die mann objektiv completed eckert endgame so weit von 1000 500 so wenig kostet endgame ja bestimmt weil wir vorher schon alle aktiviert haben finde ich auch gut so okay wollen wir schon beenden warte nein ich weiß ja gar nicht dass das nicht alter schon wieder pistolen muss sein warte nein 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 oh to activate survival oh nein ja eben deswegen oh nein ich wusste es pdw ach bitte nicht wo seid ihr und hier wie macht ihr das denn oh du lagst gerade bist ja gleich unten alter das ist nicht gut aktivier warte warte einer sollte wenigstens schon mal oben sein soll ich kaufen ne ich will sehen was hier passiert kauf also kaufen dann gehe ich hoch wenn der kauf nein du bleibst hier nein nein du bleibst hier ich geh hoch nein falsch rum hey wir haben alle perks oh geil alle hoch ne warte mal der zombie lebt ja doch er stimmt ja also habe ich es geschafft überlebt in die runde ich verpiss mich jetzt alter weg ich will jetzt nur noch die eine runde überleben oder wie oder was weiß nicht genau was sie von uns wollen wie wir könnten so eine Waffe aufheben eigentlich alter 5 Brunnen was du willst nicht verarschen Bouncing Batsis geht in die Ecken und ich lauf und train obwohl ich jetzt verrecken lass mich lass mich ruhig trainen mit stamina geht das alles gut ok 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 so so